Ja, hallo miteinander. Hin und wieder kommen Interessenten auf mich zu und fragen mich, was ist eigentlich besser, eine Neubauwohnung oder eine Altbauwohnung, ein Bestandsobjekt. Darüber habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und da möchte ich euch jetzt ein bisschen was erzählen. Ja, bei der Wahl vom Eigenheim ziehen manche Käufer originelle Altbauten mit historischem Charme vor. Andere wiederum legen Wert auf modernes Design und bezugsfertiger Zustand natürlich. Welche Vor- und Nachteile es bei so einem Investment zu bedenken gilt, habe ich euch jetzt einmal kurz zusammengefasst. Die Vorteile beim Erstbezug sind ganz sicher, dass man ein ganz schönes Gefühl erlebt, weil alles neu und unbenutzt ist. Wird die Immobilie während der Bauphase gekauft, kann so gerne auch bei der Gestaltung von der Räume mitentschieden werden. Bei einem Neubau ist auch garantiert, dass die Heizungseinrichtungen, die Fenster, Dämmung, alle dem aktuellen Standard entsprechen. Was sind jetzt die Vorteile und die Nachteile von einer Bestandsimmobilie? Bestandsimmobilien sind für gewöhnlich bezugsfertig. Das heißt, der neue Eigentümer kann direkt nach dem Kauf einziehen. Dadurch, dass sie schon bewohnt waren, sind sie bereits richtig klimatisiert und das Wohnen ist von Anfang an sehr, sehr angenehm. Die Leitungen müssen nicht erst auf Betriebstemperatur gebracht werden. Wenn es sich um kürzlich sanierte Altbauen handelt, sind die Kosten für die Zukunft überschaubar, da die nächste Sanierung wie bei einem Neubau in weite Ferne rückt. Ein sanierter Altbau bietet dieselbe Wohnqualität wie eine neue Immobilie, behält durch die alten Böden und die hohen Decken aber weiterhin einen ganz besonderen Charme. Ein nicht sanierter Altbau kann dafür ein wahres Schnäppchen sein, wenn der neue Eigentümer viele der Arbeiten selbst übernimmt. Ist dies aber nicht der Fall, müssen ca. Drittel vom Kaufpreis für die Sanierungsarbeiten dazu gerechnet werden. Je nach Lage kann der Altbau dann aber immer noch günstiger sein als eine Neubauwohnung. Für die Zukunft muss jedoch natürlich bedacht werden, dass die Sanierungsmaßnahmen bei einer Bestandsimmobilie im Vergleich zu einer neuwertigen Immobilie aufwendiger und damit teurer sind. Auch Umbaumaßnahmen und Erweiterungen sind komplizierter und kostenintensiver. Allgemein sind die Instandhaltungsmaßnahmen bei einem Altbau aufwendiger. Wer es gern bequem und modern hat, der soll sich für den Erstbezug entscheiden. Wer hingegen hohe Decken und den besonderen Charme alter Gemäuer liebt, wird in einem Altbau sicherlich seinen Wohntraum finden.